Hallo und herzlich willkommen zu MONO ING TV. Ihr werdet es nicht glauben, es geht wieder los. Wir sind auf Tour. The Book of Fire Tour 2028 haben wir vorgezogen auf 2022. Und heute ist erster Tourtag. Wir sind in Bremen. Wir spielen heute im Aladin. Und wir haben hier schon ein paar Fans, die haben sogenannte hautnahe Tickets. Das heißt, sie sind den ganzen Tag da. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil wir haben ja wirklich mal Zeit, mal kennenzulernen, sich Geschichten zu erzählen, aus dem Leben zu erzählen. Und für euch ist es interessant. Ihr seht mal, wie die ganze Bühnenaufbau ist und so. Was ist am schönsten bisher? Ihr. Ihr. Ich. Martin. Ja. Und was findest du am schönsten, Sabine? Ja, dass man den Tag hier einfach mal genießen kann mit euch. Und einfach mal kennenlernen kann euch. Und ihr habt Getränke und so? Ist das alles gut? Alles super. Ja, Leute. Genießt die Folge MonoengTV. Die Folge MonoengTV. Sie bringen die Hörer. Tour Auftakt. Bremen. Erstes Show. Val, komm mal her. Das ist Mr. Val Peru. Hallo. Er spielt Bass. Und er singt auch schön. Heute ist unser erste Show. Kann ich warten. Los geht. Mika! Mika!